In einer bombastischen Enthüllung hat Steve Martins neuster Dokumentarfilm Steve einen Feuersturm der Konservasen entfacht, in dem er ein anschauliches Video enthielt, das angeblich zeigt, wie Meghan Markle Prinzessin Charlotte während der Beerdigung von Königin Elisabeth II. urfeigt. Dieses schockierende Filmmaterial, das sich schnell über soziale Medien und Nachrichtenplattformen verbreitet hat, zeichnet ein vernichtendes Bild der Herzogin von Sussex und polarisiert die öffentliche Meinung über ihre Rolle innerhalb der königlichen Familie weiter. Das Video, das online weit verbreitet war, fängt einen äußerst emotionalen Moment ein, in dem Meghan scheinbar auf die junge Charlotte einschlägt. Sollte dieser Vorfall wahr sein, würde er einen erheblichen Verstoß gegen Protokoll und Anstand darstellen, insbesondere angesichts des düsteren Anlasses der Beerdigung der Königin. Das Filmmaterial hat zu weit verbreiteter Verurteilung geführt und wurde von einigen Kommentatoren als Beweis für Meghan's sprunghaftes Wesen und die Missachtung königlicher Anstandsregeln beschrieben. Steve Martins Entscheidung, dieses Filmmaterial in seinen Dokumentarfilm aufzunehmen, stieß sowohl auf Lob als auch auf Empörung. Befürworter argumentieren, dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf habe, die Wahrheit über die internen Dynamiken der königlichen Familie zu erfahren, während Kritiker Martin Sensationsgier und einen Eingriff in die Privatsphäre der trauernden Familie vorwerfen. Der Dokumentarfilm, der verschiedene Aspekte moderner Prominenter und öffentlicher Persönlichkeiten untersucht, nutzt dieses Filmmaterial, um die oft verborgenen Spannungen hinter der königlichen Fassade hervorzuheben. Die Reaktion der königlichen Familie war vorhersehbar zurückhaltend. In offiziellen Erklärungen wurde auf eine direkte Bezugnahme auf das Video verzichtet und der Schwerpunkt stattdessen darauf gelegt, ihr Engagement für Einheit und Würde angesichts der öffentlichen Kontrolle zu bekräftigen. Insider vermuten jedoch, dass die Veröffentlichung dieses Filmmaterials die bestehenden Spaltungen, insbesondere zwischen Prinz Harry und seiner Familie, vertieft hat. Harry, der seine Frau öffentlich unterstützt hat, sieht sich nun erneuter Prüfung und Kritik ausgesetzt. Viele betrachten diesen Vorfall als Sinnbild für die umfassenderen Probleme, die er seit seinem Rücktritt von seinen königlichen Pflichten für sich und die königliche Familie aufgeworfen hat. Kritiker argumentieren, dass Harrys Entscheidungen, darunter sein Umzug in die Vereinigten Staaten und die Beteiligung an hochkarätigen Medienprojekten, kontinuierlich negative Aufmerksamkeit erregt und sein Verhältnis zur Monarchie belastet haben. Die Folgen dieser Enthüllung dürften erheblich sein. Die ohnehin geteilte öffentliche Meinung über Harry und Meghan hat sich noch weiter gespalten. Unterstützer der Sussexes betrachten die Veröffentlichung dieses Filmmaterials als ein weiteres Beispiel für ihre Viktimisierung und die unermüdliche Verfolgung durch die Medien, die ihr Leben geprägt hat. Kritiker betrachten es jedoch als unbestreitbaren Beweis für Meghans Untauglichkeit für das königliche Leben und als Rechtfertigung der gegen sie und Harry geäußerten Kritik. Dieser Vorfall wirft auch Fragen zur Ethik des Dokumentarfilmschaffens und zu den Grenzen des öffentlichen Interesses auf. Steve Martin, bekannt für seine prägnanten und oft kontroversen Arbeiten, hat sich erneut in den Mittelpunkt einer großen öffentlichen Debatte gerückt. Sein Dokumentarfilm bietet zwar einen unverfälschten Einblick in das Leben von Prominenten, hat aber in seinem Streben nach Authentizität und Wirkung möglicherweise eine Grenze überschritten. Während sich der Staub legt, ist klar, dass diese Episode nachhaltige Auswirkungen auf alle Beteiligten haben wird. Die königliche Familie, die bereits unter intensiver öffentlicher Beobachtung steht, muss sich mit einem weiteren Skandal auseinandersetzen, der die Feierlichkeit und den Respekt, der dem Andenken der Königin gezollt wird, zu überschatten droht. Verheri und Meghan könnten dieses Filmmaterial einen Wendepunkt darstellen und sie sowohl von der königlichen Institution als auch von der Öffentlichkeit, mit der sie in Kontakt treten möchten, weiter entfremden.